Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1. FC Köln, 2. Bundesliga, 2024-2025, 1. Spieltag. 1. FC Köln gegen Hamburger Schau, Ergebnis 1-2. Startelf von 1. FC Köln, Ulbricht, Thälmann, Höbers, Pauli, Baddara, Atel, Lubick, Husind, Basik, Walschmid, L. Brach, L. Duwind, Startelf von Hamburger Schau, Heuer, Fernandes, H. K. Dukik, Thunlau, Uahim, Yata, Elfady, Das war's von RZ FC Köln gegen Hamburg SV. 1 Uhr Nacht 28